Yeah, Leute, ich bin auf der Gamescom-Laden. Ich bin einfach nur auf die Gamescom-Laden gegangen. Ich bin hier ein bisschen rumgelaufen, hab den einen oder anderen gesehen, hab Hallo gesagt, bababam. Dann treffe ich Miki und Miki meinte zu mir, jo, hier fährt der Pokal, er macht letztlich ein Turnier, 20.000 Euro, der Erstplatz bekommt 10.000 Euro. Ob ich mitspielen will? Dann meinte ich so, ja, wann geht's denn los? Miki sagt, jo, in 10 Minuten. Dann sag ich so, ja, ist ja ein bisschen halt sportan, ne? Dann meinte der, ja, nee, ist der auch noch eh ein bisschen. Dann sag ich so, Miki, du entscheidest, soll ich mitmachen oder nicht? Der sagt, ich soll mitmachen, jetzt sitze ich hier. Der geht nämlich auch gleich los, Chat, wir müssen dann direkt rein. Wir spielen Fortnite, also man muss holen ein Fortnite Zero-Build-Win, ein Fortnite-Build-Win, Fortnite-Lego, Fortnite-Rocket-Racing-Win, Fortnite-Parcours schaffen und einen Vollgeist-Win. Wer das als erstes geschafft hat, bekommt 10.000 Euro und dann die Platzierung runter. Okay, Chat. Oh mein Gott, es laggt. Oh mein Gott, hab ich nicht neu gestartet? Nein. Brauch ich die Solution bei Miko ausstellen? Ja, jetzt sowieso nicht. Ich muss jetzt hier einen Win holen. Muss es nicht ranked sein? Nee. Das ist ja einfach nur Fortnite Zero-Build. Ranked ist ja auch scheiße, weil da hat ja jeder einen unterschiedlichen Rang. Ich glaube, es muss einfach eine normale Fortnite-Runde sein. Niemals ranked, Chat, das würde dabei stehen. Steht Discord-Regeln? Nee, oder? Ja, ja. Wer hier die erste Runde gewinnt, macht natürlich sofort richtig Meter, ne? Muss es ranked sein? Ja. Ah! Ja, keine Ahnung, Schere-Chat, was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich... Ach, scheiß auf. Ich muss jetzt Fortnite-Try-Hard, ich erzähle jetzt nichts. Okay, doch, ich sag's euch. Ich wollte eigentlich einen Vlog machen und dann ist alles durcheinander geraten, weil ich diesen Party-Animates-Cup gestern gewonnen habe. Dann war ich mit Eldos und so. Wir wollten noch feiern gehen, Digga. Wir waren aber viel zu spät. Dann kam Kuba noch dazu und Omid, dann hat es komplett gekracht und dann war gestern gar nichts, Digga. Aber ich sag, ich gewinne jetzt heute die 10.000 Euro. Dank Club... Bruder, der ist einfach Gold gewesen. Ich kann das nicht. Endsort. Endsort. Hier, wir chillen. Oder dieser Zeus-Ding ist doch auch OP oder nicht, Chad? Alter. Ich bin, was ich? Ich bin, was ich? Ja, ich bin, was ich durch im Kopf. Ich bin, was ich, wenn ich auf der圍te, ich bin, was sie wiederhole. Ich bin, wie ich bin. Ich bin. Nein, ach nein, was ist denn jetzt los? Ja, reicht's Das ist der letzte Shit Die Zone kommt für mich Aber der kann fliegen Jetzt out Die erste Runde Win Ist das geil Ist das wichtig auch Direkt raus, direkt raus Danach müssen wir Lego Boss Run machen, Chat Ach du Kacke Okay, wir spielen's clean runter Gerade war perfekt Gerade war perfekt Es waren solche Bruder, ich hab keine Range Es spielen hier nur Bots Ich glaub, Kroko hat auch einen Win Bruder, der schreit die ganze Lampart zusammen Eine Ewigkeit später Scheiß drauf, Alter Retalk, scheiß drauf Jetzt leben nur noch vier Leute Was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Hey, war doch noch einer Warum kann der aber bauen, Digga Warum kann der bauen? Wie geht es? Was passiert denn jetzt? Wo ist der andere Freak? Wo ist der andere Freak? Der da links kann besser bauen als der rechts. Wenn der links tot ist, chat, hab ich Wuren. Die 2. Geht! Die 2. Geht! 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 Was ist das? 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 Oh mein Gott, da oben ist das? Oh mein Gott, ich glaube, ich glaube, das ist das... ein normaler. Oh mein Gott. Hallo. Der muss mitkommen. Ins Wasser. Oh mein Gott. Der D-Spot aber nicht, oder? Ich hab so gestunken. Da ist noch alles drin und jetzt wird Tag, Chat. Wie, er ist nicht tot. Er ist doch gar nicht ins Wasser gerannt. Er ist so kurz davor, ne? Ihr wisst gar nicht. Geht das überhaupt noch, Chat, mit dem Wasser? Oder weiter krieg ich ihn nicht rein? Oder wie? Das geht nicht mehr. Das ist gut. Scheiße. Das ist verrückt. Wenn er jetzt de-spawnt, dann bin ich im Pull-Buch. Er de-spawnt wirklich jedes Mal, wenn ich sterbe. Ey, ich kann das nicht mehr, Chat. Ich lauf schon so weit. Irgendwann später. Bravo rein, wunderschön, wir sind wieder da. Micky, ich kann das nicht mehr. Was denn? Ich laufe seit drei Stunden durch diese Map. Kann sein, der Bildschirm steht nicht mehr lang. Du wirkst geschrätzt. Ich bin, ich hätte seit zwei Stunden fertig sein können, weißt du das? Du warst so gut wie der Erste, ne? Ah ja, nice. Du hast ein Fortnite-Lego, der hat sehr viel Zeit verbracht und die Leute, ein paar Leute, so zwei, drei sind an die vorbeigezogen. Aber es macht mir einfach zu Spaß hier gerade. Ich finde die Map, guck mal, guck mal, wie schön. Aber das Gute ist, du hast, wenn du das schaffst, hast du nicht mehr so viel auf dem Zettel. Es ist dann Fortnite-Lego ist durch, Racing, Parkour und Vollgas Rhyme. Da habe ich gerade gemeint, dass es noch deutlich schlimmer sein soll, als das, was du gerade spielst. Was denn? Der Parkour. Ach du Scheiße. Der Parkour ist das Schwerste. Echt jetzt? Also du kannst vom Bänger jetzt den Kasten ausmachen. Also ihr habt, du bist Zeit. Ich mach die Kasten nicht aus. Also ich habe Zeit mitgebracht bis morgen früh 10 Uhr. Ich habe Zeit mitgenommen, ich habe so viel Zeit, die Messe macht zu, ist mir egal. Ja, also morgen ist ja eh dann dicht. Ich sitze trotzdem noch hier. Sehr gut. Dann zieh das Ding durch, Fabio. Ich glaube an dich. Ja. Du hast auch ein gutes Strat. Ja, ne? Mit der Ambrust den feilen, das ist der Weg to go. Das ist der Weg to go. Ich wollte eigentlich mit ins Wasser, dann stirbt der nämlich instant. Aber das geht irgendwie nicht mehr. Ja. Haben die gefixt. Haben die gefixt. Scheiße. Und jetzt musst du erst mal den Boss suchen. Seit einer Stunde laufe ich hier rum. Du findest den, Fabio. Du findest wahllos aus, ne? Ich muss... Du läufst einfach nur durch die Gegend. Ich kann das nicht. Du zockst gar nicht mehr. Ich muss mich gerade ein bisschen abreagieren, mein Lieber. Ja, nein. Du schminkst ein bisschen. Und nur, du musst jetzt rein und zählen. Labert der mich voll. Er spielt gar nicht mehr. Eventuell musst du neu starten. Wie? Musst du ein anderer Teilnehmer auch? Ihr wollt mich? Picken inzwischen. Ja, ich hatte den Boss. Ich, also, selbst wenn ich am Wasser suchen wollen würde, Bruder, hier ist halt einfach kein Wasser. Was soll ich machen? Aber zumindest habe ich vier Stunden gestreamt. Ich schwöre, da hinten ist er. Ich schwöre. Sag mal, eigentlich ist es eh egal, wo ich das Bett hin mache, ne? Fabio, bitte sag mir, wo dieser verfickte H*** vom Boss ist. Ich habe ihn gerade. Ich habe ihn gerade. Wie? 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 Bruder, ich bin, ich laufe seit einer Stunde rum. Ich baue jetzt hier mein Bett auf. Okay, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt vor? Oh, kein Satz. Wie? Wie? Das war's. 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 Oh my god. Das war's. 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 Und jetzt. Das war's. Das war's. Ischichtlich schnell. Ich hab's langsam raus. Servus. Ey, checks nicht. Herr, bin ich den Weg überhaupt gegangen, Bruder? Ich zweifle gerade dran. Oh mein Gott, er ist so einfach. Digga, das ernste Problem beginnt ja eigentlich hier, Digga. Hä, was ist denn jetzt, Alter? Was jetzt? Ich will jetzt erstmal Dart spielen. Danke. Hast du das Kabel noch? Das hab ich hier gelassen. Achso, Boss, danke dir. Und noch Nervenahrung. Ehrenmann. Einfach Kinderriegel. Hallo? Papsel! Mentaler Zerfall. Gewinnst du, schützt du Micky Ding? Mentaler Zerfall. Micky Ding? Ja. Ja, 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 ja. Hat noch keiner gewonnen? Ne, alle sind gerade bei der Map. Das heißt, oh mein Gott Digga, was machst du? Merle, bitte. Das ist ne geile Map, aber... Nein. Doch. Da sagst du... Nicht mehr, wenn du dich spielst. Der Chat sagt, du musst von links gehen. Sorry. Da, naja, hat Willi Phoebe angeschrien. Achso, doch, natürlich. Du sagst doch zu mir, Willi. Was passiert hier? Ich weiß nicht. Sitz. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was duhmust. achtsam. Kommate hier〜. Danke sage. Maaf. Mach! 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 Inseld. Warte, die Musik. Hörst du das? Mhm. Ist das der DJ bei uns? Mach lauter! Mach lauter! Bitte nicht. Ist das der? Hört ihr das? Hört ihr das? Noch ein bisschen. Ja, leider. Oh, warte mal. Das ist Schlager oder so. Was ist denn das? Wo bin ich jetzt dann langgegangen? Hier rechts? Ja, ich check das gerade nicht. Und dann? Ja. Lina, oder? Ja. Und dann Türkis. Blau musst du, oder? Ja. Mitte, geh Mitte. Nein, 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 geh Mitte. Komm. Ja, Türkis, Türkis. Los. Nice. Chill noch. 30 Meter, mach ruhig. Nein. Das ist gut, ne? Warte, geh. Jetzt chill. Oh mein Gott, Mel. Jetzt fucking go! Boah, was ein Call. Weiter, weiter machen, los. Achso, ne, nach der noch zwei Wände. Ja, tu. Lina und Pink noch. Das ist verrückt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wer ist da? Äh, war der Al. Einfach war der Al. Willst du zocken, Alter? Ja. Ja, gelb. Grün, links. Blau. Das ist schon sehr weit außen, denn dann kannst du nicht mehr so weit in die Mitte gehen, das abpacken. Blau ist gut da oben. Ja. Bruder. Bitte. Wo hoch? War der Al, Digga, du musst dein Maul halten. Mann, war der Al! Gänsehaut. Ja! Oh mein Gott! Ja! Auf geht's weiter, 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 weiter. Auf geht's weiter, weiter, weiter. Ja! 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 Was hast du auch gegeben? Nee, ich muss Pause. Machst du auch mit Melanie? Nee, ich bin in Polen. Ich probiere zweimal den gleichen Sprung, ich bin der größte Bastard. 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 Bruder, wie hoch ist diese Wand? Ich bin der größte Bastard. 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 Und ich bin wieder hier. Ganz ruhig. Micky, bitte. Bravo. Du musst es ganz ruhig angehen. Du bist safe so in den Top 3. So wie es gerade aussieht. Das ist die letzte Wand, richtig? Das ist die letzte Wand. Warum ist die letzte Wand aber dreimal so lang wie die anderen Wände? Weil das hier so sein soll. Weißt du? Deswegen ist es hier auch die letzte Wand. Aber ihr schafft das. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und der Abend ist lang. Boah. Du bist ein geiler Gamer. Ich hab den Weg jetzt, Micky. Du hast den Weg. Ich schränke dich an Hulli. Du musst dich auf den Versen. Links. Get out. Get out. Get out. Mann, Bruder, dass man da nicht runterlaufen kann. Oh mein Gott. Gänsehut. Boah, nee, ne? Da ist ein Lübterbein, wenn er wirklich laut ist. Jetzt weiß ich nicht. Nein. Was? Was ist passiert? Ich bin eine Checkpoint-Runde gefahren. Bist du eine Ebene-Liebte, ja? Gibt es. Halt die Fresse. Nein, das ist gerade wirklich der falsche Zeitpunkt. Okay, was ist passiert? 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 Ja, perfekt. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt wieder Weiß, Pink. Easy. Schön. Okay, da auf den Pinken von rechts unten musst du. Nimm Orange und dann auf Pink für safe. Trask. Ball. Ja. Nice. Come on. Johann Daniel Schiff. Wahnsinn. Das Enter what you are. Ja. 했어. Da ist respekt Im. Vielleicht auch wieder von rechts unten. Ah, den hier hab ich gemacht. Jetzt links. Orange. Jetzt kurz chill. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt musst du pingen. Den hier. Chill, 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 chill. Geht der orange nicht? Guck mal runter, wo du dich beim Orange... Ja, ne, egal. Welchen hab ich grade nicht geschafft? Weiß hast du nicht geschafft. Doch, ich hab den geschafft, aber ich bin runter geflogen. Ich hab mich hoch gezogen bei dem. Aber ich hab mich nicht festgehalten, glaube. Stark. Okay, chill. Warte, guck mal rechts aufs Dings. Ne, der ist Arsch, du musst hoch. Mach wieder von links, von links außen, dann kannst du safe da hoch. Dann hast du genug Schwung. Ich sag, soweit wie ich jetzt hier grade bin, war noch keiner. Ja. Warte kurz. Jo. Bruder, wo zündet ihr die so wieder bei jetzt? Ja, wo hast du? Okay, wir nehmen beide. Danke, Chef. Sonst einfach sagen. Alles. Danke. 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 D challengingowski. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Sprung geht nicht mehr. 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 Soll ich sie in Permafon fahren? Finale! Fickt mich hier Ping? Ich weiß nicht Aber ich kann nicht 20 Leute auf einmal kicken Na ja, mach doch einfach Spitz-Entwetter Spitz-Tag-Bilds 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 Spitz-Aberidad Spitz-Tag-Bilds Normalste Folge-Server. Der war traurig, dass er ist halt da. Oder er fuckt so ab! Wenn du hören könntest du dann überhaupt nicht fest. Ich schwöre, er hackt. Ja! Ja! Boah! Bruder, die kriegen einen Bot-Lobby. Ich muss gegen die größten E-Sportler Asiens spielen! Boah! 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 Habe ich 3K gewonnen? Ja! So bin ich nur Scheiße! Boah! Das hat aufgespielt, das hat aufgespielt! Bruder! Ey, Micky! Guck mal was hier ist! Der Gewinner und der dritte Platz! Sehr schön! Fabo, herzlichen Glückwunsch! Danke! Danke, dass du gesagt hast, dass ich mit uns spielen soll! 3.000 Euro nimmst du heute mit nach Hause! Hat sich doch noch gelohnt, oder? Ja, natürlich! Es hat sich auch gelohnt, wenn ich nichts gewonnen hätte! Achso, du hast schon gewonnen! Also dritte... Er ist dritter Platz! Achso! Ich hab gedacht, du musst noch ein Vollgeist rein! Ich rede mit dir seit 10 Minuten! Ja, sorry der Glückwunsch! Dritter Platz! 3.000 Euro für Fabo! Gibt es eine Medaille? Hä? Medaille? Es gab nur einen Pokal, den hat er! Nur der Erste! Nur der Erste! Ja, macht Sinn! Der Reste ist so, weißt du? Ja, ich check! Aber Fabo, geil, dass du mitgemacht hast! Danke für das Organisieren! Sehr, sehr geiles Turnier! Ich hoffe, es hat dir gefallen! Ich hoffe, es war nicht ein zu krasser Brust, sondern du hast... Am Ende... Am Ende kurz! Aber ging! Ja? Es hat wirklich Spaß gemacht! Sehr gut! Fabo, danke für die Teilnahme! Danke für das Organisieren-Chef! Und liebe! Herzlichen Glückwunsch zum Dritten! Herzlichen Glückwunsch für 3.000 Euro! Danke! Coco? Danke! Danke!